So, moin moin Leute, jetzt sind wir hier bei mir im Hühnerstall. Heute werden wir ein paar Küken einfangen. Ich bin zum Frühstück eingeladen bei meinen Freunden und da ist eine Frau Geburtstag drin neulich erst. Ich kriegte eine kleine Überraschung und da habe ich mal gedacht, für ein paar Hühner haben wir was geiles. Ich zeig's euch mal. Da sind sie und die fangen wir jetzt. So, ich hab hier so ne Kapsenbox, würde ich die mal rein tun. Das ist eigentlich nur mit am besten. So, jetzt wäre noch zu sagen, dass sie Hühner im Dunkeln bzw. bei Blaulicht besser fangen lassen, da sie nicht mehr so viel sehen können. Und dann auch ruhiger sind, weil sie einfach denken, es ist abends oder bzw. nachts sind sie halt fast schon im Schlafmodus. Und sie sind halt ruhiger und müssen sich besser fangen. Das ist eine von den Appenziller Spitzhaugen. Die machen immer sehr viel Kaffaels kleine Küken. Das sind einfach kleine Küken. Jetzt tun wir die in die Kiste rein. So, einmal. Die Kiste vorher zu. Die Kiste. Die Kiste. Die Kiste. Die Kiste. Die Kiste. Einmal hier. Und dann haben wir sie. Also einer auch zum Zeugnis Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Und natürlich wird die Späne auch fachgerecht entsorgt. Das ist mein Job, den hat sie mir gegeben, damit das neue Ding zu bauen, dann müssen wir ausgehen. Das ist mein Drück, das ist mein Drück, das ist mein Drück. 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 Das ist mein Drück.